Wasser und kleiner Mana-Trank Hebel Abenteurer Komm her, du alte Grabmotte Haha, du kannst es jetzt nicht mehr so einfach besiegen Haha Sie haben keine Chance Boah, ich sollte mal aufhören Irgendwelche NPCs aus anderen Spielen Besonders aus Star Wars Spielen Zu zitieren Und das ist vor allem aus einem meiner Lieblings Star Wars Games Ach, jetzt habe ich die Fackeln nicht mitgenommen Egal, weil wir hier oben an der Oberfläche So viele Fackeln brauchen werden Ach, jetzt habe ich die Fackeln nicht mitgenommen Das ist untröstlich Eigentlich müsste ich deswegen nochmal neu laden Nicht gegen zwei Nicht gegen zwei Nicht gegen zwei Komm, einer darf ruhig kommen Ach, ist mir doch egal Komm her Jetzt kommen sie beide Ja Na, will keiner? Greif doch an Autsch Das ist mein Meniskus Haha, das war... Ich habe da den Kumpel erledigt Bist du, ich kriege irgendwie nicht richtig den Zeitpunkt und nicht mehr hin So, da haben wir auch nochmal die beiden Graben an erledigt Mit einem Schild wird das Ganze nämlich sehr viel einfacher Aber ich kämpfe trotzdem lieber mit dem Stab Oder... Aber... Na komm So Über den Pferdenkampf ist es natürlich auch gar nicht schlecht Deshalb können sie mich diese Stachelraten auch nichts mehr anhaben Wie ihr seht Autsch Alter Oh Sind wir ganz schön aggressiv, die Viecher Ja So Haben wir sie ähnlich platt gemacht Beere Wir bräuchten euch mal wieder was zu schnabulieren Pilz Wie gut, dass der... Das Fraps mir anzeigt Hier, du hast nur 25 Frames Und jetzt nur 20 und solche Sachen Wobei trotzdem ein flüssiges Bild entsteht Da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen Welche Lebenspunkte fehlen mir? Oh, ein paar mehr Das heißt, wir nehmen natürlich immer die kleinen Dinger Fünf Eilpflanzen haben wir schon Komm, ich fress einfach mal so ein großes Ding Und dann mal so ein Teil auf So Das macht das Ganze einfacher Quick Save Ein Haus Dr. House ist Inselhaus Oh Du bist ein Keiler Oh, vielleicht sieht ein bisschen mehr aus Ih, das sieht irgendwie falsch aus Das sieht besonders Ja, das war ein Keiler Hm Der aktuelle Spielstand geht verloren Weil sich da auch sowas geändert hat Naja Also gut Ein Keiler ist böse Vielleicht sollten wir uns mal komplett heilen vorher Das wäre, glaube ich, sinnvoll Und dann stellen wir uns diesem Miesen Kniesen Verbrecher Wenn dein Gegner zu stark für dich ist Solltest du am späteren Zeitpunkt wiederkommen Das Bild passt gerade super Allerdings ist er nicht zu stark hin Ich bin einfach nur zu blöd, um zu verteidigen So, komm Schnabulieren wir das Ding hier nochmal Wie viele Lebenspunkte fehlen uns noch? Können wir auch noch das Ding nehmen Die drei Lebenspunkte Auf die Pfeife ich dann erstmal Das werden die drei entscheidenden Lebenspunkte sein So, noch einmal Quick-Safen Hochlaufen Keiler knallen Waaah Runterfallen Lebenspunkte verlieren Sich denken Oh ne, was soll der Scheiß Hochlaufen Sich dem Keiler entgegenstellen Fängt ja super an Ach, das ist ja noch Ich glaube, wir kommen doch zum späteren Zeitpunkt wieder Denk ich mir jetzt mal einfach so Das verkürze ich jetzt mal Also So viel Chance haben wir da nicht Du kannst einen Hebel, den du nicht erreichen kannst Mit einem Telekinese-Zauberspruch betätigen Ja Wenn wir den Telekinese hätten Das ist übrigens der Ladebildschirm Habt ihr den heute eigentlich schon gesehen? Ich meine nicht Das ist sowas ganz, ganz Neues Ja Finde ich super Mit einem Schlösser öffnen Zauberstuch kannst du fast alle Verschlossenen Truhen und Türen öffnen Außer für irgendwelche besonderen So, den Keiler da hinten lassen wir jetzt in Ruhe Oder wir machen den irgendwie mit einem Kumpelblatt Kumpelblatt Ja Unser neuer Kumpel-Kumpelblatt Aber konnten wir doch vorher einfach mal dieses Haus Äh Halt Börschchen Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert Du bist der, der antwortet, klar Also, was willst du hier? Ich hab dazu noch ein Schild Wo genau bin ich? Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes würde ich sagen Ich frag dich nochmal Was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt Wir dachten, der Inquisitor wäre der einzige gewesen Du gehörst doch nicht zur Inquisition Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung Du siehst dich am besten schnell mal hier um Ich hab schon alles durchsucht Für mich ist nichts mehr dabei Aber du findest bestimmt noch ne brauchbare Waffe Ich warte so lange Wir können später weiter reden Okay Niel, Nile, Nylon Schlüssel Aus einem Haus am Wegesort Was ist das denn? Ach, Trank der Regeneration Hey, gar kein schlechtes Ding Ein paar Bolzen Goldmünze Wie? Du als alter Dieb stehst doch auf Gold Warum hast du hier Goldmünzen liegen gelassen? Roher Bollen Fläschchen Brot Oh, die Bank Die müssen wir auf jeden Fall uns mitnehmen Ach nee, die geht wieder pleite Das ist blöd Truhe Schwert Feilbolzen Kleine Karte der Insel Kartenleser So, rüsten wir doch direkt mal das Schwert aus Oh, ich will mich auch mal auf den Stuhl draufsetzen Hey So Genug ausgeruht Kann ich hier denn irgendwie wieder auf Ach ja, mit rechter Maustaste kann ich aufstehen Super Wo bist du denn jetzt? Ach, ich könnte mich hier auch wieder an einem Wasserfass aufladen Ich glaube, wir versuchen es wirklich Ne, versuchen wir nicht Ich brauche unbedingt Erfahrung Du kennst dich hier doch gut aus, oder? Du kennst dich hier gut aus Ich denke schon Was willst du wissen? Wo gibt es denn hier was zu holen? Das ist immer so wunderbar Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht Wir Banditen sind womöglich die einzigen, die noch frei sind Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns Alles andere wäre Wahnsinn Was weißt du denn überhaupt über die Hafenstadt? Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist Okay, du hast eben die Vulkanfestung erwähnt Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt Und was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus Besser, du hältst dich von dort fern Komm lieber zu uns ins Lager Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anstelligen Kämpfer Ein Schwert hast du ja schon Oben, in der Vulkanfestung Lassen sie dich höchstens mit dem Stop trainieren Führe mich zu eurem Lager oder zeige mir den Weg zur... Ich habe eine Frau unten im Süden, das ist glaube ich wichtiger Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich Da wird sie alleine nicht lange überleben Gut Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe Okay, rette Sarah aus dem Menschenfreund Rette Sarah aus der Wildnis Ich glaube, wir gehen erst einmal zum Lager der Banditen Führe mich zu eurem Lager Kein Problem, folge mir Quick Save So, wir haben hier hoffentlich alles ausgeräumt und so Und selbst wenn, muss der Typ halt warten Beere Weiter jetzt Ja, 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 ja Beere V rappel Obtäusche Vielen Dank.